Wie, Milas, bist du toll? Wer hat dir den Verstand verfügt? Das dachte ich wohl, dass du so ungeschickt. Sprich, was ich mit dir machen soll, verkehr ich dich in Raben, soll ich dich schinden oder schaben? Ach, lage mich doch nicht so sehr, es fiel mir ja also in mein Gehör. Dann, sieh da, so sollst du Eselstoren haben. Das ist der Lundesvolle, die Begierigkeit. Ei, warum hast du diesen Streit auf leichte Schultern übernommen? Wie ist dir die Kommission so schlecht bekommen? Was ist dir die Kommission so schlecht? Vielen Dank.